Die Antenne Blackout Challenge. Mission Kram der Einzug. Schönen guten Morgen Steiermark, Christine Muntermacher, Simone Wallis, Roland Schmid, Thomas Axmann. Guten Morgen. Es geht jetzt in wenigen Augenblicken für uns los. Wir ziehen jetzt um. Wir verlassen das Hauptstudio der Antenne und ziehen ein in unser fliegendes Szenestudio. Muntermacher, seid ihr bereit? Yes. Ja. Los geht's. Los geht's. Die Antenne Blackout Challenge. Mission Kram. Live. Aus dem schwebenden Container vor dem Messecenter Graz. Die Antenne Muntermacher, Roland Schmid, Simone Wallis und Thomas Axmann. Eins, zwei. Kann man uns hören, ja. Ja, es funktioniert. Schönen guten Morgen Steiermark aus 15 Metern Höhe. Die Antenne Blackout Challenge. Mission Kram. Ja, es geht's. Untertitelung des ZDF, 2020